Im letzten Video hatten wir uns angeguckt, wie wir mit einer Z-Diode in einer Schaltung eine Spannungsreferenz erzeugen können. Also einen Punkt in einer Schaltung, an dem unabhängig von irgendwelchen Versorgungsspannungen eine nahezu konstante Spannung vorhanden ist. Wir haben auch gesehen, dass wir auf die gleiche Art und Weise im Grunde genommen einen Überspannungsschutz realisieren können, indem wir eben hingehen, eine Z-Diode nehmen mit einem Vorwiderstand versehen. Naja, und solange die Z-Diode nicht oder an der Z-Diode eine Spannung liegt, die unterhalb der Durchbruchsspannung liegt, leitet die Diode nicht. Dann verhält sich die Schaltung ganz normal, als wäre die Z-Diode nicht da. Und wenn wir oberhalb der Durchbruchsspannung liegen würden, dann fängt die Z-Diode eben an zu begrenzen. Ich baue jetzt nochmal so etwas ähnliches auf und hier ändert sich im Grunde genommen nicht viel, nur die Interpretation wird eine etwas andere sein. Und dann haben wir auch direkt diesen Stabilisierungseffekt nochmal drin. Ausgangspunkt ist hier jetzt einfach ein Spannungsteiler und zwar derart, dass ich sage, ich habe irgendeinen Lastwiderstand. Das ist hier dieser 250 Ohm Widerstand. Dieser Lastwiderstand soll jetzt aus irgendwelchen Gründen eine Spannung von 2,4 Volt bekommen. Und das realisiere ich jetzt eben mit einem Spannungsteiler. Ich habe jetzt hier einen Kilo Ohm Vorwiderstand und 250 Ohm als Lastwiderstand. Damit ergibt sich bei 12 Volt Betriebsspannung eben 2,4 Volt am Lastwiderstand. Das ist soweit ja völlig in Ordnung, das kann man ja so machen. Jetzt haben wir aber in der Praxis zum Beispiel Fälle, dass dieser Lastwiderstand kein perfekter Widerstand ist, sondern vielleicht irgendwelche Verbraucher, vielleicht sogar Verbraucher, die ihren Widerstandswert ändern. Denkbar wäre zum Beispiel sowas wie, wir schließen hier Leuchten an, mal mehr und mal weniger. Die schließen wir jetzt vielleicht noch parallel an und wollen aber immer, dass die Leuchten diese 2,4 Volt bekommen. Das heißt, je nachdem wie viele wir parallel schalten, wird RL eben immer kleiner durch die Parallelschaltung. Was wir eigentlich wollen, ist, dass der Spannungsteiler unabhängig davon, wie groß dieser Widerstandswert hier unten ist, ja eben immer 2,4 Volt über der Last bereitstellt. Und dass das mit einem handelsüblichen Spannungsteiler, so wie er hier aufgebaut ist, nicht der Fall ist, wissen wir zwar alle, aber vielleicht, weil es so schön ist, kann man es nochmal simulieren. Und wir sehen, wenn wir den Widerstand variieren, und das tun wir jetzt hier in dem Beispiel gerade mal zwischen 100 Ohm und 400 Ohm, dann ändert sich die Spannung an dem Widerstand leider ganz gewaltig, denn wir starten hier unten bei 100 Ohm bei 1,1 Volt, was so gar nicht 2,4 Volt ist. Unser Verbraucher würde wahrscheinlich gar nicht so richtig funktionieren. Bei 250 Ohm Widerstand haben wir dann die 2,4, die wir haben wollen. Da liegen wir hier so in dem Bereich. Und wenn wir jetzt den Widerstand größer machen würden, würde die Spannung immer größer werden. Und wenn wir ganz dolles Pech haben, geht der Verbraucher dadurch vielleicht sogar kaputt. Kurzum, das hier wollen wir eigentlich nicht haben. Was wir ganz gerne hätten, wäre eine nahezu waagerechte Kurve, wenn man es so nennen will. Also eine waagerechte Linie. Konstanzspannung. Was wir jetzt machen, ist folgendes. Wir nutzen wieder unsere Z-Diode und bauen die hier einfach parallel ein. Und daran sieht man eigentlich auch schon, dass dieses ganze Konstrukt stark dem ähnelt, was ich in dem Video vorher gemacht habe. Das heißt, wir nehmen die, bauen die hier parallel ein. Wir erinnern uns noch, das ist die gleiche Z-Diode wie im Vorvideo. Diese Z-Diode hat eine Durchbruchsspannung von 2,4 Volt. Und wenn wir das so machen, müssen wir jetzt allerdings hier oben den Vorwiderstand merklich verkleinern. Ich sag auch gleich, warum wir das tun oder wie das zu interpretieren ist. Ich mach den jetzt mal deutlich kleiner. Ich mach den jetzt einfach mal auf. Ja komm, mach mal 200 Ohm. Und dann gucken wir mal, was passiert. Wenn wir das Ganze jetzt simulieren, sieht das im ersten Moment völlig dramatisch aus. Das sieht so aus, als hätte das jetzt gar nichts gebracht. Allerdings macht ja Multisim diese lustige Sache mit der etwas fragwürdigen Skalierung. Das sieht ja aus, als würde das hier irgendwie krass ansteigen. Tut es gar nicht. Bei 100 Ohm haben wir eine Spannung von 2,405 Volt, was ziemlich genau 2,4 ist. Und bei 400 Ohm haben wir jetzt eine Spannung von 2,43, was immer noch einigermaßen genau 2,4 ist. Das könnten wir jetzt auch etwas anders skalieren, dass das nicht so bescheuert aussieht. Aber ich glaube, man sieht es anhand der Achsenbeschriftung. Also wir haben hier wirklich, also wir variieren hier den Lastwiderstand zwischen 100 und 400 Ohm und haben eigentlich eine nahezu konstante Spannung von 2,4 Volt. Jetzt gefällt es mir aber selber so wenig, dass ich das mal doch ganz kurz noch ändere. 2,5 machen wir es vielleicht so. Da sehen wir, dass es tatsächlich, wenn man hier bei 0 anfangen würde, tatsächlich eine nahezu waagerechte Linie. Die ganze Schaltung sieht auch ziemlich genauso aus wie in dem vorherigen Video. Der einzige Unterschied ist, dass wir jetzt noch einen Lastwiderstand dazu haben. Im Video vorher hatten wir nur diesen Vorwiderstand. Jetzt haben wir noch einen Lastwiderstand parallel. Was wir hier sehen, ist jetzt eine wunderbare Spannungsstabilisierung. Jetzt kurz zurück zu dem Punkt, warum muss ich dafür den R1 kleiner machen? Man kann sich das jetzt so vorstellen. Ich versuche es mal in der Vorstellung. Ich weiß nicht, ob das eine schöne Erklärung ist oder nicht. Das darf dann jeder für sich selber entscheiden. Ich versuche an diesem Punkt hier 2,4 Volt einzufrieren. Je nachdem, wie groß der Lastwiderstand jetzt ist, ob der jetzt eher 100 Ohm ist oder 400 Ohm, muss hier mehr oder weniger Strom abfließen. Wenn hier weniger Strom abfließt, dann fließt mehr Strom durch die Z-Diode. Wenn hier deutlich mehr Strom abfließt, dann fließt weniger Strom durch die Z-Diode. Da ich jetzt aber hier eine Art Aufteilung habe, also immer ein Teil durch die Z-Diode fließen soll und ein Teil durch den Lastwiderstand, muss ich oben den Vorwiderstand etwas kleiner machen, damit ich immer dafür sorge, dass ein gewisser Teil des Stroms auf jeden Fall durch die Z-Diode durchfließen kann und die damit wirklich durchbricht. Würde sie das nicht tun, wäre dieser Stabilisierungseffekt weg. Das ist vielleicht nicht die allerschönste Erklärung, aber zumindest ist das eine relativ rudimentäre. Man sieht auf jeden Fall, dass es funktioniert. Das Einzige, worauf man jetzt noch achten muss bei so einer Konstruktion, ist, dass durch die Z-Diode nicht zu viel Strom fließt, damit nicht eine zu große Leistung abfällt und damit nicht die Z-Diode kaputt geht. Vielleicht können wir uns das in einem letzten Schritt, auch wenn ich es jetzt gerade spontan mache und gar nicht so wirklich geplant habe, mal angucken. Gucken wir uns mal den Strom durch die Z-Diode an. Wir werden jetzt feststellen, dass wenn ich einen kleinen Widerstand benutze, also einen kleinen Lastwiderstand, dass ein größerer Teil hier durch den Lastwiderstand fließt, damit ein, noch mal, wenn ich einen kleineren Lastwiderstand verwende, dann fließt ein größerer Teil durch den Lastwiderstand so und ein kleinerer Teil durch die Z-Diode. Wenn ich einen größeren Lastwiderstand verwende, weil ja die Spannung nahezu konstant ist an dem Lastwiderstand, dann fließt hier etwas weniger Strom ab. Dadurch fließt durch die Z-Diode aber ein bisschen mehr. Ja, das müssen wir uns jetzt auch eigentlich entspannt angucken können. Ja, und bevor jetzt der Kommentar kommt von wegen, ja, jetzt ist ja wieder diese Y-Achse so komisch skaliert, wir machen es mal so. Was wir uns jetzt angucken, ist den Strom durch die Z-Diode. Nochmal, wenn ich einen kleinen Lastwiderstand verwende, dann fließt mehr durch den Lastwiderstand und weniger durch die Z-Diode. Wenn ich einen großen Lastwiderstand verwende, fließt weniger durch den Lastwiderstand, dafür aber mehr durch die Z-Diode. Und das Ganze kann ich jetzt nochmal variieren, wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und statt den 200 Ohm hier oben, ich sage jetzt einfach mal, ach komm, hier mal 400 Ohm, mal gucken, ob es dann überhaupt noch geht. Aber doch, im Kopf gerechnet müsste das. Dann stellen wir fest, wir haben wieder eine Variation. Oh, ich brauche gar nicht neun zu skalieren, das passt sogar schon. Da sehen wir, dass wenn ich jetzt 100 Ohm als Lastwiderstand verwende, dann bleibt für die Z-Diode noch herzlich wenig Strom übrig, nämlich nur noch so, was weiß ich, sind das, 1 Milliampere ungefähr. Wenn ich hingegen dann einen sehr großen Lastwiderstand von 400 Ohm verwende, dann bleibt für die Z-Diode immerhin noch so 17 Ampere übrig. Ja, und da sehen wir jetzt, es fließt erheblich weniger Strom, damit würde die Z-Diode deutlich weniger warm werden.